Hallöchen Leute Herzlich Willkommen wieder und bei One Piece Blownig Blood und ich bin der gute Sachse und wir zucken wieder schon wieder One Piece weiter mit den Steckbriefen wir haben aufgehört wir mussten jetzt wir mussten wir Techniker Stils nehmen also das ist natürlich Passamji dann kommen wir den Trotschranks und überlegt weil mit den Drake haben wir noch nicht gewinnen diese zwei machen wir noch mal aber ich will denn da haben wir nicht den da haben wir nicht mit den low haben wir schon gespielt war echt cool irgendwie nur er muss den ganzen Raum machen so wie im Manga natürlich aber komm Samji war auch nicht schlecht nehmen wir die drei gegen Samji das ist ein sehr großer Vorteil mit ihm zu kämpfen ja überschwungen das schneller ja 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 Yo! Scheiße! Alter Alter, die ist echt nevig Oh Convicts me of Drake Convicts me of Icon 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 So, weiter gehen! Ey, war nicht schlecht. Seine spezielle Attacke zu sehen. Nein, nicht spezielle Attacke. EXPLOSIVE ATTACK! So heißen diese Spiele, ganz scheinend. So, wir sollen mit fitten Stills Charakter gewinnen. Oh, diesmal ist mehr. Oh, Lysop ist dabei. Nehmen wir Lysop, denn da hatten wir eine Choppchen. Tja. Dumpflammmigo haben wir aber schon, hatten wir schon. Die hatte... Nami hatten wir noch nicht. Baselomeo. Weißt du was? Nehmen wir also alle. So, machen wir. Alle mit Klu nehmen wir. Einfach. Schleuner Sensor. Aha. Oh, PRA von Roadshanks wahrscheinlich. Ne. Schleuner Sensor. Schleuner Sensor. Schleuner Sensor. Schleuner Sensor. Okay. Schleuner Sensor. Oh. Alter. Also, ich komme selber auf meine selbe. Schleuner Sensor. 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 Schade ja wohl Chopper Alter wir sind nicht mehr arschen Ok, der ist Rieser geworden. Na ja, von Chopper an Grip haben wir ja nicht so viel gesehen, na ja, aber speziell haben wir ja wieder gesehen, das wollte ich das machen, irgendwie von Chopper machen. So, ah ah, sehr gut. Neue Weltruining. Da wir, äh, da wir sind, aber was ist das? Ah ja, hier ist noch schwieriger, Braley, aber 200 schon, wow. Verursache 15 Treffer-Combo und gewinnen. Lässt ihn keine Zeit um Angriffen. Ok, Haki. 2. Alter. Machen wir dich kurz, weil das nervt mich. Die ganze Zeit. Was muss er machen? Durch die Dreine... Ok. Reine Aufschritt. Irgendwas. Ok, dann nehmen wir den Raffi. Nehmen wir einen Bruder. Bruder Magie. Also Bruder Magie. Ja, ok. So. Bruder Magie. Ich meine ich natürlich! So... Pinke Haki! Was ist das? Das war's für mich. All right, let's go, Hauhauk! Oh, das war ein bisschen süß! Kin! All right, let's go, Hauhauk! Juhu, läuft! Hey, du bist der Beste, du musst es fertig machen! Mmh! Miau! Ich schluchte das. Geht's, geht's! Sagenkönig okay okay nicht schlecht Ja gewonnen Come on lieben Könnte besser sein Einfach Könnte besser sein Ja So Yeee Neuer Charakter Lola Ist ja geil Da wird der Beste Was ist das Hä Ach so Ach das musste ich komplett das machen Na ja Also den Steck Warte mal Ah okay Das ist komplett neu Okay Kami Warte mal Ich tut mir leid dass ich bin rausgegangen Aber Wir müssen schauen Neuer Charakter Das ist Unterstützer oder was Ah Unterstützer Die unterstützen mich jetzt Gut Okay So Leute Komm Machen wir Die Meerjungfrau Steckbriefen Dann machen wir ja Komm Machen wir Nein ich will keinen Unterstützer Ich wollte ich gerade haben wir ja nicht So jetzt Statt mir 2 gegen 2 Wer gewinnt Smoga Bartomero oder der Sabo und ihr Partnerin Sein Partner Okay Ok Smoga Ja. Ah, ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Das war's für heute. als ob die super angriff ist ich habe ganz zu explosion verkackt naja b kann man leben meister des donos so leiden ich würde sagen das war es für diese woche von one piece haben wir genug geschaut und wir sehen natürlich nächste woche bis nächsten